Wir sehen die 165 in der Bahn, ein Stutfohlen von Casal aus der Bruna Bruni F, von Cassini 1, das ist Barinello Lord, Zöchter und Besitzer Stede Frelesen aus Oderade. Dies Fohlen ist am 19. März geboren. Untertitelung des ZDF, 2020 Glückwunsch, Herr Frelesen, das Fohlen hat sich für das Championat am morgigen Tag in Mahne qualifiziert. Untertitelung des ZDF, 2020